Erzähl nochmal, du warst also zur Begradigung? Ja, ich war vor zwei Monaten da. Und ja, also Schiefstand war circa zweieinhalb, drei Zentimeter, weiß ich nicht mehr genau. War natürlich in den 30 Sekunden, die es gedauert hat, war nachher gerade. Und vom Körpergefühl her, also vor der Begradigung, hauptsächlich Schmerzen im Schulterbereich, immer verspannt. Und ich hatte einen Wirbel, war praktisch aus der Wirbelsäule raus. Ein Bandscheibenvorfall. Und es war im Prinzip danach alles gut und hat dann auch über die nächsten Tage immer sich wieder gebessert. Also es war wirklich toll. Und heute stehst du endlich Kersten gerade. Ich bin stolz, dass du dich jetzt nochmal bei uns bedankst. Und freue mich natürlich, dass es dir so gut geht. Vielen Dank. Danke. Und ich danke auch allen, die gekommen sind und sich jetzt, sag ich mal, retten lassen.